Entdecken Sie die innovative Interliving Küchenkollektion und lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten für Ihre individuelle Traumküche inspirieren. Interliving – Küche für mich gemacht. Verbringen Sie die kostbare gemeinsame Zeit dort, wo Sie sich wohlfühlen, im Mittelpunkt Ihres Lebens, in der Küche. Die Interliving Küche Serie 3016 bietet Ihnen das volle Programm. Moderne Eleganz, jede Menge Stauraum und erstklassige AEG-Elektrogeräte. Als optisches Highlight der Küche fungiert die kontrastreich harmonische Frontkombination aus Eiche-Geflemmt-Nachbildung und Laxahara Softmat. Die Interliving Küche Serie 3016 erhalten Sie in zahlreichen Frontfarben und Ausstattungsvarianten. Die Interliving Küchenprofis stehen Ihnen bei allen Fragen mit Rat und Tat zur Seite. Exklusive Griffe in Edelstahloptik unterstreichen den eleganten Charakter. Geräumige Auszüge bieten beste Erreichbarkeit und Ordnung, zum Beispiel für Töpfe und Pfannen. Serienmäßig ausgestattet mit Soft-Einzug schließen die Auszüge leichtgängig und lautlos. Zu den designspezifischen Höhepunkten gehören der zweitürige Unterschrank, dessen geringere Tiefe für eine interessante Auflockerung der Küche sorgt, und die zwei Regalborde, die sich perfekt für häufig genutzte Gegenstände oder Dekoratives eignen. Die Interliving Küche Serie 3016 trägt das goldene M der Gütegemeinschaft Möbel und bietet volle 5 Jahre Herstellergarantie. Interliving – Küche für mich gemacht